hallo und herzlich willkommen zu stone art eine weitere folge in einem live let's play neue aufnahmesession sozusagen eindringlich an sich okay wir lassen das auf jeden fall werden wir angegriffen ist jetzt schon ein bisschen zeit vergangen da kommen noch mehr mit die müssen auf jeden fall müssen auf jeden fall jetzt hier alarm und angreifen angreifen so jetzt können wir play machen auf dem ikea tisch sammeln jetzt gehen die ersten bogenschützen ja desto blade hat fußsoldats level 1 erreicht sehr geil alarm aus wunder auch kommen wir hier ein traum duo sehr gut gut wir müssen irgendwie die können wir nicht irgendwie türen reparieren engst war doch da ingenieur ingenieur ist nicht zu schwöre war das nicht so haben wir nicht einen warte mal kurz hatten auch neuen bewohner oder nicht hier hört goblin kriegerhörner endlich kommen wir zum ort vom großen genie geht hinaus mein handlanger geht hinaus für ogo skull bankers herrlichkeit für ogo für shinies nehmt alle dinge wo da kommen sie okay so wenn jemand sagen wurde broschlocken hat warum so aufhören zu kämpfen oder können nicht dein glockenspiel wie alte erinnerungen nicht mehr kämpfen wollen roberts nein ich nicht mehr kämpfen wollen was mit deinen kleinen leute wenn ich kaum fühlen was ihr tun sie mountain sie weigern angebot von frieden erneuter angriff und nun und nun tägliches update sehr gut irgendjemand hat gesagt ich könnte es auch irgendwie ablehnen und dann kriegt man später alle dazu das mache ich nämlich und beim nächsten mal wird man zwei kriegen die laufen jetzt aber echt vorbei wegen dem glockenspiel ok nehmen wir den alarm mal wieder auf beim nächsten mal soll man zwei kriegen so habe ich zumindest verstanden ok jetzt kommt so hinten rum angriff los feuer ohja so hören wir werden mal aktiv eingreifen und zwar hier die bogenschützen ox armee erscheint ok alles klar das ist in ordnung ok k 1 ja k 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 Ja, ja, machen wir später. So, wie sieht das hier aus? Wir bauen unbedingt stärkere Waffen. Ich würde sagen, wir helfen jetzt mal da hinten. Ah, die kriegen das schon. Arbeiten die eigentlich weiter? Ja, die arbeiten weiter. Ich habe den Alarm nicht ausgelöst. Irgendwie... Jetzt, Attacke. Jetzt. So. Mann, 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 Achim. Das wird ganz schön schwer mittlerweile, ne? Innen haben wir die Mauern noch nicht zu. Haben wir denn eigentlich mittlerweile Mauern bekommen? Äh, 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 da haben wir noch welche. Sehr gut. Wir machen jetzt endlich mal die Hütte dicht hier. Okay, da geht's nicht. Dann drehen wir die Mauer einfach. Ist das dann zu oder was? Hm. Ich denke, ich gehe mal davon aus, dass da niemand durch kann. Hoffentlich. Können die da durch? Oder müssen wir einfach welche weg? Hab ich den Alarm wieder ausgelöst? Ja. Ähm, wenn wir jetzt hier einfach... ein bisschen was raushacken. So. Dann können wir das doch da reinsetzen. Ähm, das Ganze wollte ich auch hier irgendwie nochmal versetzen. Das da. Das bitte da hin. Dann schauen wir mal, wie sich das Ganze setzt. Und hier hinten war das auch so, ne? Dann würde ich sagen, tackern wir hier einfach auch zwei Blöcke raus. Und setzen das Ding dann in die Wand rein. Dann müsste das eigentlich schon gehen. Hm. Okay, Wand wird gesetzt. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Können wir das nämlich zumachen. Und ich müsste mal die... Irgendwas war doch mit den Türen reparieren. War da nicht jemand mit dem Schraubenschlüssel? Es gab einen Ingenieur, oder? Genau, und der konnte, glaube ich, reparieren. Das heißt, der Schmied... Schmied haben wir vom Steinmetz hergestellt. Wir haben ja einen Schmied. Und den können wir... Ah, Moment. Wir müssen aber erst natürlich das Werkzeug des Ingenieurs herstellen. Wo ist denn unser Schmied? Da. Wo dann ist unser Schmied? Level 1 wird vom Schmied hergestellt. Also wir müssen einen Schmiede... Ein Ding schmieden hier. Einen Schraubenschlüssel schmieden. Äh... Der da? Ja. Bitte einmal herstellen. Wir brauchen auch noch einen Helm. Brauchen wir zwei Eisen. Nochmal. Irgendwann, das ist jetzt Stahl, was ich gemacht habe. Ne, hier. Genau. Ja, sehr gut. So, wir brauchen auf jeden Fall mehr Leute. Wir haben im Moment nur zwei Arbeiter. Der Rest ist alles in Lohn und Brot. Wir haben 20 Leute. Und wir haben... 21 Betten. Jetzt hat jemand gesagt, warum ich hier nicht noch Betten reinstelle. Das könnte ich echt machen. Und zwar hier an die Wand. Das müsste eigentlich gehen. Wenn man hier an die Wand... Und hier kriegen wir sogar zwei hin. Das müsste reichen, oder? Ohne, dass die sich blockieren. Haben wir noch Betten? Warte mal. Haben wir noch Betten über... Ja. Ein herbstes Bett. Oh. Nee. Ah, es passt nicht. Oder? Kommen die so rein? Ich sag jetzt einfach mal, das passt so. Wir probieren es einfach mal aus. Das müsste eigentlich gehen. Oder? Das könnte ein bisschen knapp... Doch, hier. Da geht er durch den Gang. Geht er da ran. Doch, es müsste gehen. Ja. Ja. Müsste gehen. So, ich soll dran denken, dass der Koch auch Nahrung für Tiere herstellt. Schauen wir uns an. Ne, Moment. Erst mache ich eins. Koch mache ich gleich. Was ich machen wollte, war... War das hier? Nein. Schneider. Und zwar, ich will herstellen... Stachelköcher. Da brauche ich Federn, genau. Das war die Reihe. Oh Gott, merke ich mir das alles. Also, wir haben ja hier ein Feld mit Schäfchen. Und da machen wir jetzt Hühnchen draus. Werden die Schäfchen jetzt geschlachtet, wenn ich das mache. Also, wir satteln auf jeden Fall um auf Hühnchen. Weil dann kriegen wir Federn und dann haben wir einen Köcher. Und dann haben wir Pfeile und dann wird alles gut. Ne, so machen wir das. Gut. So. Köcher herstellen. Ja. Schraubenschlüssel. Check. Betten. Check. Essen für Tiere. Essen für Tiere? Ich muss echt essen für Tiere? Schauen wir mal. Meismehl. Okay, Sack mit Mehl. Tierfutter. Essen für Hasen. Essen für Poyos. Schafe. Wir machen für Poyos. Dazu brauchen wir... Was ist denn das? Korb mit Mais. Wir brauchen also Mais. Haben wir Mais? Also aktuell nicht. Aber... Irgendwann kein Mais fällt, ne? Oh. Hier ist noch eins, was nicht besetzt ist. Setzen wir doch gerade mal Mais hin. Und hier haben wir Setzlinge. Bereit für größere Parzelle übertragen zu werden. Was bereit in eine größere Parzelle übertragen zu werden? Muss ich noch umpflanzen? Dieses Schaf ist noch ganz nackt. Oh. Das arme Schaf ist nackt. So, wir müssen auch unseren Speisesaal mal erweitern. Ich bin ja dafür, dass wir hier auf jeden Fall noch einen Tisch links und rechts dran setzen. Ah, das könnte ein bisschen knapp werden, ne? Hm. Wir könnten aber... Die laufen ja sowieso über den Tisch. Hm. Hm. Ja. Die Setzlinge kann ich platzieren. Aber wie? Da müssen sie erst mal geerntet werden, oder nicht? Mein Lager ist auch gleich voll. Hm. Habe ich denn schon irgendwo Setzlinge? Gelten die als Essen? Pflanzen. Ne, gelten sie nicht. Sehe ich denn irgendwo? Konnte ich doch meinen... Konnte ich doch meinen Übersicht sehen. Korb mit Rüben. Mein Giade. Verfaulter Nahrungsmittel. Löserotete Formenfunktion. Wie kann ich euch denn entsorgen? Hm. Hm. Ich würde am liebsten hier ein paar Wände rausreißen. Das geht aber nicht, ne? Wir brauchen noch jemand als Schmied. Das heißt, der Nächste, der einzieht, wird Schmied, würde ich sagen. Wollen wir denn hier barren, barren, barren? Stoffhäschen. Eindringen nähern sich. Okay, das waren die. Oh, da kommt noch mehr. Pause. Noch zwei Ogre auf den Armen. Oh, die Hunde sind ganz schön stark. Aber die Ritter auch. Okay. Das sieht aber noch ganz gut aus. Sehr gut. Bob hat Dritter Level 1 erreicht. Die Bogenschützen könnten mal auf Level 3 kommen. Sag mal, kämpfen wir mit Holzschwertern? Was hat der Jacky für ein... Was hat der denn für ein... Bronze-Kurzschwert? Ne, hat er nicht. Munda ist Level 4. Sehr geil. Okay. Aber es sieht ganz gut aus. Mit den Heilern und den Kriegern geht das... sehr geil. Sehr geil. So, einen noch. Äh... Attacke. So, der müsst ihr jetzt auf jeden Fall aus dem Maul kriegen. Boah, sehr gut. So. Die Betten sind platziert. Tägliches Update. Oh, nicht genügend Essen. Dein Deputy Sclerion Level 4. So, was hat der denn hier? Warte mal, ich verkaufe mal ein bisschen was. Ähm. Dein Droh? Ne, ich will gar nichts. Kann ich nicht den verfaulten Essenskorb irgendwie verkaufen? Vielleicht will er es ja kaufen. Gammelfleisch. Ist doch in aller Munde. Ich verkaufe alle. Ähm. Ah, da. Pflanzen, elf Stück. Eichensätze sind eher sehr gut. Die verkaufen auf keinen Fall. Ähm. Da haben wir noch zwei von. Ah, das sind die Rietkopfbögen. Genau, da brauchen wir Level 3 Krieger. Alles klar. Ne, dann, äh, ne. Und tschüss. Ähm. Kommt wieder runter. Gefahr ist vorbei. Sehr gut. So, wenn wir Eichensetzlinge haben, dann können wir auch Eichensetzlinge setzen. Oh, oh, die haben die Mauer hier zerstört. Okay, dann müssen wir auf jeden Fall auch erstmal die Mauer wieder reparieren. Äh, ja. So, und hier haben wir das Ding und das wird umgesetzt. Äh, umsetzen. So. Da müsste die Mauer zu sein. Genau so hatte ich es mir vorgestellt. Perfekt. Ob das geht. Ob er die ineinander setzt. Und hier hinten haben wir noch eine Lücke gehabt. Oh, irgendwelche Viecher. Sind die gefährlich? Varanus. Varanus, Gigantus, Braunus. Ob wir da angreifen oder ob die uns demnächst angreifen? Hm. Äh, wer läuft da draußen rum? Fischkopf. Äh, wie kommst du wieder rein? Nur so als Idee. Ähm, okay. Das müssen wir stehen. Ja. Ähm, Tor haben wir nicht. Müssen wir schnell ein Tor machen. Sonst ist Fischkopf vor der Tür. Und ihr Hähnchen auch. Nein! So, Steinmetz. Gut. So. Super. Macht er da draußen rum wegen den Hähnchen. So, Setzlinge. Setzen wir hier hin. Oder? Da ist der Höhleneingang. Dann setzen wir die hier vorne hin. Kann ich die denn setzen wie... So. 24. Geil. Ähm. Ich glaube, ich habe ein bisschen gesetzt, gesetzt, aber egal. Pause. Machen das gleich mit dem Angriff. So, hier ist mein Wald, den ich dann setzen kann. So, wo sind die Angreifer? Ich glaube, nur sehr wenig Gesundheit. Wo ist er denn? Fischi. Oh, shit. Oh, nein. Renne. Der ist am Arsch. Oh, die Urge kommen. Schande. 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 Oh, nein. 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 Fischi. Ich kann nicht mehr. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss. RIPFischi. Nein.